und damit herzlich willkommen zu einem neuen video und frohes neues an alle abonnenten und zuschauer die firma wst ist hier voll im gange mit mir und wir fahren jetzt zum nächsten feld und zwar steht heute an kartoffeln und zuckerrüben und mit zwei abfahrern sollte das doch klappen heute fällt 26 vor was haben wir noch 21 18 11 und 12 so sieht aus so ich weiß es gerade gar nicht was ist was haben wir hier ich glaube ich muss woanders hin das ist falsch die will er nicht wir können ja die ergeblichkeiten ja dann fährst du mal weiter dann hatte ich immer auf den philip dann kann der mal hier loslegen hier wo ich bin du kannst auch daneben fahren dann sollte es klappen ja ich bin doof reingefahren aber das würde nicht dauern wird nicht lang dauern der ist schon voll doch also ja und ich habe schon mal 30 prozent gleich drücken wir noch pro gleich ja bei der braun ist die andere seite ja karte dann kann es ja gleich zurückfahren direkt stehe dann genau das machen wir dann auf der rückwärts und sonst wie geht es euch das wird so wahrscheinlich nichts werden wir haben zwei film spielt sich nicht so ich meine allgemein mit dem mit dem plattex naja muss probieren weil der ist nämlich ein bisschen versetzt ja so an die maschine aber ich weiß nicht so dann wollen wir mal drehen die maschine oder auch nicht und wie läuft zucker rüben bei euch macht zucker rüben? Kartoffeln meinst du? äh Kartoffeln äh Kartoffeln zucker rüben? nee Kartoffeln meine ich ja der hat das Lippkampf genommen von der Technik, oder? ja das ist kopflang die Kartoffeln rieseln auf jeden Fall schonmal rüben rüben achso das ganze muss übrigens ähm zum Hof gefahren werden in das Lager rein es sei denn wir haben Angebot da gucke ich natürlich jetzt nicht nach da müsste mal einer von euch Abfahrern nachgucken wäre natürlich top wenn da ein Angebot wäre dann können wir direkt weg fahren hm nach momentan hast du nur Angebot für Handschnitzel ne dann lassen wir das besser also momentan ich weiß nicht was ich noch erhöhte aber scheinlich nicht ja Adi deine Karre geht aber auch schnell voll komm wie viel Prozent hast du? null du hast noch kontakt abgefangen richtig bei meiner Meinung nach geht auch in den Kartoffeln herunter etwas mehr rein als bei dir in den Zuckerrüben herunter ne ich bin jetzt bei 13% wenn mich nicht alles täuscht da bin ich jetzt schon 19% da ist erstmal ein Feld ja das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vor allem mit dem Blatthäcksler vorne ja mhm du kannst nicht gerade rein fahren irgendwie das ist ein bisschen da gewöhnt man sich dran wenn man mal 700.000 Liter Zuckerrüben geerntet hat ohja so wie ich zum Beispiel ja hallo Sufi kann Zuckerrüben gehen wie Sau ja oder brauchst echt einen Abfahrer weil wenn du jetzt nur umsteigen müsstest das wird doof ja ja bei Kartoffeln geht es noch weil du kriegst nicht so schnell voll die Maschine äh wie fährst du denn voll jetzt momentan Hänger ich gar nichts noch nee äh Andi ich hab 20% achso ja gut aber das wird sich gleich ändern wenn du gleich einmal hin und zurück fährst dann ist die Karre hier voll ohja ja gut wenn der Philipp noch ein wenig braucht dann fahr ich halt weil es zu dir hier an ist ja kannst du ja auch machen ja ich weiß ja nicht Philipp ja mach mal ein bisschen mach mal was die Milch des so Zuckerrüben, Kartoffeln ja was für die Geogasanlagen normaler mhm mhm Zucker wieder normaler gegen die ja du hast zum Hof hm ja deswegen sag ich ja Andi wenn du unterwegs bist kann ich über ein Jahr und es abtanken ich weiß ja nicht wie es dann ist ich weiß ja gar nichts vor ich hab ja nicht vor ich hab ja vor Garten Center deinen Kuh boah der ist ja gelenkisch wie so ein Affe Also ich bin gleich voll, Andi. Ja, ich komm. Es wird noch interessant hier. Hast du Glück gehabt, war bei 99%. Philipp, wie läuft das Fahrstuhlgeschäft? Ne, ich bin bei 350.10. Ich kann sagen, hab ich 4 Frames. Was hast du denn schon wieder gemacht? Weiß ich nicht, jetzt sind es nur 20. Ich hab 45. Ja, also ich hab vermutet, dass die Felder schneller weggehen, aber irgendwie, ähm, doch nicht. Nein, das dauert erst. Das dauert, ja. Aber dafür hast du ja auch Masse. Jo. So, ich dreh den jetzt mal anders, weil, ähm, ne. So nicht. Ja, der ist echt nicht so gelenkig, wie ich mir das vorgestellt hab. Da wär's mit dem Vollerntuschen schöner. Ja. Ja, der ist halt auch doll. Das Geld hab ich ja nicht. Nee. In unserer Branche spielt Geld keine Rolle. Nee, nee, nee. Was? Also mittlerweile nicht mehr. Also, wir können ja einen Vollernherr kaufen, von mir aus. Ach, Quatsch, wer was denn? Der was denn? Der was denn? Also, ich mein, die Liebe ist schon, aber ich meine... Wie viel kostet das Ding denn? Guck mal nach, bitte. Rübenernte. Für dich jetzt zum Beispiel ein Grimme Max 9620 für stolze 479.000 Euro. Und wie viel für die Kartoffeln? Ah, richtig. Der Kartoffelernte Grimme Tektron 415 kostet 479.000. Also das Gleiche. Und womit kommen wir schneller voran? Mit den Rüben oder mit den Kartoffeln? Ja, da kommst du mit den Rüben voran. Also, langsamer mit den Kartoffeln. Richtig. Ja, dann sag mal was, dann kauf mal einen. Ja, also, ich feier nicht. Also, ich war nicht Philipp. Das muss ich sagen. Das geht schon. Wir haben in unserem auch nur den Ding für den, den wo du jetzt hast. Ja, weil wir mehr Holz machen. Ja, also, ich mach schon den beiden Kartoffeln. Ja, du. Ja, du. Du kannst ihn selber überlassen, also. Warte, Philipp. Wie geht's denn so? Es funktioniert. Ungefähr, es schneißt, aber es funktioniert. Du kannst da fast überall noch mal drüber eiern, ey. Das weißt du schon. Ja, das ist echt doof. Philipp, du. Weil da stehen überall noch Stoppeln. Da sind überall noch Kartoffeln drin. Weißt du. Weißt du, ja. Weil das ist von dem blöden Ding, weil der erfahren versetzt ist. Ja. Ja. Da haben die eigentlich mal voll mittlerweile. Nö, 150. Heißt du, ich könnte Philipp dabei ausleeren? Ja. Ja, ich bin es 300. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns das Teil doch einfach. Wir haben 650 was auf dem Konto, dann passt das doch. Dann können wir das ja im Livestream hier mal vorführen. Das heißt, warte mal, dann mache ich den Philipp leer jetzt. Genau, dann gehe ich in der Zwischen. Gerni, den See-Ring-Blechschaden, weil der Domi da immer drauf fahren ist. Na klar. Nein. Nimm mal die Maus und knick mal deinen, 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 deinen Auswurfgerät ein bisschen. Weil du stehst so blöd da. Ja, warte fast schon vor. Ne, lass, lass mal. Ah. Ja, gut. Okay, ja, so geht's. Oder auch nicht. Die Sonne, keine Luft. Warte mal, das kriegen wir schon hin. Ja, jetzt. Jetzt gibt's nicht was. Ja, Philipp, dann müsstest du mal umsatteln. Du könntest den ja schon mal holen, ich fahr dann deine Karre mal weg. Ja, also ich kauf den jetzt gleich, wenn ich voll bin, dann... Achso, ja, oder so. Ja, äh, ne, wir können das auch so machen, denn, äh... Mir ist es egal, wer den holt. Das müsst ihr wissen. Ich geh mir mal flott holen. Ich bin die Reihe jetzt noch zu ändern, kann Andi den leer machen hier? Also für beide habe ich nicht das Geld, aber für einen... Auf jeden Fall. Was? Ich ging's nicht abkühlen. Was, ich? Ja. Ich hab' gesagt, du bist jetzt leer. Ja, das hab' ich gut merkt. Ja. Ja, ich hab' ich auch mal mal hin. Ich hab' ich auch mal hin, was für alle haben. Ich hab' das hier mal hin. Und ich guck' das ich die Karre kaufe. Ja, okay. Ja, dann habe ich jetzt ein wenig Zeit, Philipp, oder? Dann hol' ich, oder? Ja. Mache ich den Helfer mal an? Läuft der Helfer noch? Ja. Der fährt noch? Okay. Der fährt noch. Okay, weil ich... Hättest du noch nicht viel? Alter. Was ist das für einer? Bestimmt einer aus dem Ostblock starten. Hm, schlimmer. Wer weiß. Warte, ich kaufe dieses kurz. Rübenernte sind wir falsch. Wir müssen Kartoffelernte. Jo. So, für 479. Ganz schön günstig, ne? Hohohoho. Gekauft. Gekauft. So. Jo. Soll ich den holen fahren? Na, ich bin schon unterwegs. Du kannst dich wieder auf dein Gerät schwingen. Weil ich habe jetzt eh ein bisschen Zeit, bis das... Okay. ...wieder voll ist. Bleibt eh die Hälfte stehen mit dem Ding. Wie voll bist du, Andi? Ich habe jetzt aktuell 73%. Boah, das geht ja noch. Ich hoffe, dass ich da über die Brücke drüber komme. Ja, natürlich toll. Wie fährst du, Tommy? Über den Berg. Kannst du ja über meine Felder fahren. Das ist kein Problem. Mit dem riesen Schiff. Ey, das muss jetzt einfach sein. Oder hol den MAN. Mit dem Tieflader. Kann auch eine Baustelle draussen machen, ja. Das geht schon so. Ich bin ja nicht weit weg von euch, also. Ja, stimmt auch wieder. Aber der ist eigentlich ja ziemlich wendig durch diese schöne Hinten. Ja. Ja. Oh ja. Oder auch nicht. Man flucht. Ja. Boah, dieser Hexer da, dieser Mulcher vorne dran, ne. Der nervt ja richtig. Weil das versetzt ist. Ja, das versetzt ist. Beim Vollernte. Ja, das sparst du dir. Richtig. Aber die Aßel war leicht mit links versetzt. Jaaa. Naja. Bleibt den hier jetzt stehen. Ja, bei mir auch. Also du tör auf den Feldschutz aus, wie wenn du Schiffe versenken spielst. Ja, echt. Heute mal den, morgen mal den. Na toll, jetzt denke ich fest. Verflucht. Doch keine so gute Idee. So. Kommst du noch? Nee. Janis setzt ihn mal bitte zurück, wenns geht. Ja, warte. Mensch, Dom. Nee, aber der hängt da richtig blöd in dem Scheißtauch. Warte, Andi, kommst du her, dann kannst du entladen. Ja. Ja, furchtbar. Nee, beim Berg fahren mit der Karre ist nix. Ach, Kai, 10 Minuten ist die Rede, wenn Dom wir uns schon versetzt. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Wo bist du denn? Äh, 20. 20. 20 siehst. Ja. Gäng da ganz schön drin in dem grünen Sound. Ah, danke. Muss ich doch außen rumfahren, aber gut. Janis, mit wie viel erntest du? Was hast du? Mit wie viel du erntest? Äh, mit aktuell 11 kmh. Okay. Du? Ich will eine Demomare einstellen. Okay. Siehst du, wie die Kartoffeln fliegen, Andi? Wir haben Flügel bekommen. Zucker. Ah ja, stimmt. Zucker. Entschuldigung. Passt aber nicht ganz. Ich fahr schneller wie du. 10. 10. Hier auf 9. Jetzt steht hier 10, ja. Das können wir immer variieren. Oh je. 94. Philipp, wie fahrst du denn da drin in der Karre? Ich bin jetzt bei 70 Liter. Was? Wie oft hast du einen Laden? Was? Wie oft hast du schon entladet? Einmal. Ach du Scheiße. Ja, aber bei dem passt, glaube ich, mehr rein. In den Kartoffelernder, glaube ich, passen 9.000 rein und bei dir nur 6, glaube ich. Du kannst hier entlang fahren, wenn du möchtest. Nächstes bei 7. Ja. Bei mir anders passen nämlich nur 6.400 oder so ein, glaube ich. Der ist ein bisschen kleiner, deswegen fährt der Philipp länger. Weil ich habe es doppelt, ja. Ja, das auch. Aber du kriegst gleich deine neue Maschine. Genau. Und dann fahrt ihr ja weiter, wenn du am Tag überraschst. Ja. Ja. Das ist schon so gut. Du bist ja so gut. Du kannst ja weiterfahren. Ja, mach mal schauen. Ja. Ja, erstmal schauen, wie ich fahre. Ja. Ja, dann ist es ja voll. Oh, schweres Teil! Willst du mal fahren? Haha, ich kann sie doch gar nicht fahren. Ja doch, du fährst, ne. Wie hast du mit uns? Doch, ich hab mich verfahren. Kommen wir uns nicht entgegen? Ach du fährst unten, über die BKA? Naja, ich fahr auf die Straße, so wie sie es gehören. Den Berg hinten beim Pio-Marsenkraftwerk komm ich ja leider nicht hoch. Das wäre nämlich der kürzeste Weg gewesen. Ach du meinst, da wo wir mit dem Häcksler runter sind, ja. Da mag der nicht hoch, so richtig steig. Ne, ist schon klar. Alter Scheider, Alter Scheider. Obwohl der Kentenantrieb halt vorne ist. Ja, stimmt. Ja, ich bin immer weit weg von euch. Hm, okay. Der legt sich nicht mehr aus, da ist voll. Kommst du hin oder soll ich zu dir kommen? Kommt's hin. Ah, jetzt kommt man da an die Lachen gegen. Oh, leck mich am Arsch nicht. Ne, ich hab grad gelöst. Leck mich am Arsch? Tim? So. Pisten, die schwimmt wie Sau. Bleibst du mal bitte auf deiner Spur oder so? Ja, ey. Ja, ey. Ey, komm dich auch mit dem Zug fahren, verstehe. So, der ist voll. Pum, das ist aber blöd. Ist egal. Boah, was ist das? Warte. Ich häng ein Stück zurück. Na, fahr mal vor. Ja, stopp. Warte. Ja. Jetzt. Jawohl, da geht was ein. Wenn du noch was zurückfahren könntest, wäre ganz gut. Was? Fahr noch was zurück. Ja, noch ein bisschen. Jo. Geht ja eigentlich einen Häcksler mitten auf der Straße. Hä, wieso geht das denn nicht? Mach dir dein Du. Abdanken. Ganz vorne hin, vorne. Der Kipper. Also das ist Förderbank. Vorne am Kipper ist sozusagen. Weißt du was ich mein? Geht es? Äh. Geht's nicht. Oh, dann lass ich den jetzt so stehen. Da gibt's noch paar Probleme mit den Triggern. Hm. Oh, mit den Karan. Die Hälfte läuft nämlich gerade aktuell daneben. Wenn du leer bist. Was sagst du? Ich mein, der Philipp könnte dann umsteigen, wenn er leer ist. Äh. Auch ich. Oder, nicht. Ihr könnt ja beide fahren. Ihr könnt ja beide fahren. Ihr könnt ja beide fahren. Ja. Hast du was gehört? Ja. Am Sperr. Geht nur wenn's vorne oder hinten am Kipper ist. Das ist bei der Garn in der Mitte geht's nicht. Keine Ahnung. Nein. Ja, wie gesagt, da gibt's noch Probleme mit dem Trigger. So, ist leer. Gut. Okay, mit der Maschine geht, was ich erwätsche auf 900. Ah, ihr seid ja jetzt durch hier, ne? Ne, noch nicht ganz. Hinten noch, das Action. Ne, hier auch noch. Da sind überall noch Stoppel. Ja. Muss ich überall nochmal drüber aufpassen. Tatsächlich, ich seh jetzt. Ja, aber die sieht man halt auch sehr schlecht. Also das finde ich auch sehr schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja, wo soll ich das Ding da hinfahren? Die kannst du hinten weitermachen. Äh, bei Feld 21, ich mein. Ne, ähm, nicht 21. 18. 18 und 11. Okay. Ja, ich mach hier den Rest gar weg. Mach das. Was machst du hier für Fahrkünste? Ach, andere Seite ist da zum Abladen. Ich glaube es nicht. Deswegen frage ich ja gerade, was du hier für Fahrkünste. Oh, boi. Aber ich hab noch nicht viel drin. Also eigentlich Boxe oder noch nicht. Komm mal gucken. Wenn du schon abladen möchtest. Ne, das ist auch nicht wirklich, äh. Ich fahr dir mal weg. Ich fahr dir schon zum anderen Feld, ja? Du wirst jetzt ja wahrscheinlich nicht voll werden, oder? Ähm, naja. Ne, ich glaub nicht. Ich hoffs nicht. Mehr abzuschätzen. Ich hab jetzt halt 6% drin. Ja, dann wird das klappen. Du machst das auch ganz klassisch übers Feld, ne? Ja. Du! Ja. Gibt's ja nicht. Ja, da sind die 8. Ja. Also ich fahrstrafig. Und ja hier bissl, bissl realistisch bleiben. Auch weil's nicht realistisch ist unbedingt, aber... Ich kann's auch durch die Visiphone. Ja schon, aber da fährst du einfach über irgendein anderes Feld, was mit dir gehört. Genau, das Feld kommt. Über die Visiphone. Da waren die eigentlich wieder da. Ja, ich hab grad gesehen. So, mal durchswitchen hier. Ah, das läuft doch. Mit dem Tektron hier geht's schon was vorwärts. Ach ja. Diese Textur ist auch nicht die beste. Vorne, in drüben. Oder wie? Mhm. Ich find's halt bissl schlecht, dass die Kartoffeln... Also wenn man die Blätter weg hat, dass das nur so die Stoppeln sind, die man kaum sieht. Ja, echt. Passt. Wobei man sie aber im Dunkeln besser erkennen muss ich sagen. Findest du? Ja. Mhm. Wie so ne Oma lenkt der hin. Wie so ne Oma lenkt der hin. Die Oma. Und Tommy, macht's Spaß mit dem Quert. Jaaaa. Jaaaa. Es war auch ein bisschen klobig, aber es geht schon. Gibt's schon irgendwie. Aber das wär ja ein Vollernte. Das heißt, du müsstest ja die Blätter nicht häckseln unbedingt vorher. Ne, stimmt. Aber gut. Philipp hat's ja dran gehabt. Ich denk dann siehst du's auch besser, wenn die Blätter noch dran sind. Mhm. Mhm. Ich glaube auch. Aber es geht auf jeden Fall. Ich bin schon ziemlich sauber hin. Wie voll ist der andere Hänger eigentlich? Das ist ne sehr gute Frage. Ja. Guck's dir ja mal kurz nach. Vielleicht wär... Wenn du voll hast, kannst du ja wegfahren, wenn du möchtest. Boah, ich hab mal nicht geglaubt, dass der nach 3 Milliarden voll ist. Baut, wo ist denn jetzt das? Baut nicht. Söchisch... Ja. Ja... das muss ja voll sein was? 60% ja so hier guckt ja auch noch da hinten rum was hast du noch mitreden? das ist komplett 11 und 12 noch und 18 ja 18 bin ich verredet ja müsste mal gucken weiß ich jetzt nicht ganz genau ach nö da ist noch das Dach aufgeschnitten ich muss mal wieder raus aus der Garage so die Blätter die schwandern wir dann und da kann man dann auch noch Strohballen draus machen welchen Märchenbuch liest du vor? äh Rapunzel lass deine Ballen runter ja oh man das stimmt aber ich weiß gar nicht wie viel mit uns wissen wir jetzt mittlerweile oh eine gute Frage fünftes, sechstes, siebtes ich weiß es nicht viel viel ja habt ihr profit dadurch gemacht? ja ne also wir haben massig an Bewerbungen die wir nicht einmal alle abarbeiten können darum bitten wir jetzt auch um Verständnis wir werden, wenn sie Zeit zulässt werden wir die alle abarbeiten alles beantworten aber ich kann mich momentan von Anfang nicht retten ja bin ich ganz davon abgesehen von der Ruhm und Ehre und den schönen Mädchen oh ja ne also es ist wirklich so, Anfragen sind momentan ziemlich viele da und wir nehmen an dass es durch dich kommen wird vorher war es nämlich nicht mehr getrieben ok ja das ist doch schon mal ne gute Sache oder auch halt nicht ne wie man will ja dann also wir sind da gern bereit dazu aber wie gesagt wenn es zeitlich halt nicht ganz ne ja das ist gerade im Winter mit uns wir machen das ja auch nicht hauptberuflich ne vielleicht irgendwann schon wenn wir Geld damit verdienen können ne ne aber es ist wirklich also die werden da belagert und gestürmt ok ne ne aber es gibt sowas ich finde es schön wenn sich die Leute dafür interessieren was die so machen und mitspielen wollen und es ist schön na klar ja ja nur jetzt gerade im Winter ist es für uns alle stressig ne ein großteil von uns arbeitet an den Schiff nebenbei ja ja ist klar das ist halt der Winter das Hauptgeschäft ja ja ist klar ja ja ist klar warte ich komm gleich mal rüber und spiel mit ne äh wie läuft es bei dir bei mir sehr gut ich bin jetzt gleich am Ende des Feldes angelangt neidisch ich muss sagen es geht ziemlich gut mit der Maschine ok hast du denn Rinder kommen ich komm dann Rinder auf welchen Feld bist du denn ich bin 18 hast du auch den Hänger bei dir ja ja den hab ich da hingestellt ah ok sehr schön ich reise mir hier den Arsch auf ich mach das so schön sauber ne wirklich ja ich nehm da alles mit ja wir bezahlen dich ja auch hallo so wie sich's gehört ne wär ja auch doof wenn ich ne ja den hast du wie mit den Ballen damals ja gut das mit den Ballen ist blöd gelaufen weil es war neblig und es war neblig ah warte an die Fahrusch hey da nein da haben wir bei Rechnung bekommen ne äh ja da waren da waren einige ja wie gesagt zu unserer Verteidigung es war dunkel und es war neblig ja ja ist klar beste Auswärter Fabi hatte scheinbar seine Brille nicht auf sagte zu mir da liegen noch zwei ja am Ende waren es 20 glaube ich ja das haben wir dann beim Grasmähen festgestellt mhm Andy will schmusen mhm ah du kannst du das mit deinen Kühen eh weiß ich nicht hab die ewiglich mehr gefüttert oh das ist aber schlecht hehehe kannst du gleich machen wenn du Lust hast ne was ist ja dein Könnte jemand, wenn er Lust hat, zum Abtanken kommen? Niemann selber. Andy, wieviel hast du noch? Wieviel Prozent? Ich bin jetzt bei 95. Oh. Oh, haha. Obergut. Ich bin jetzt bei 57. Ich bin bei 60. Ja, du lass die Karre da einfach stehen, dann kannst du abfahren, wenn du willst. Oder ich fahr ab, mir ist es egal. Deswegen machst du es schon selber. Also, ich bin jetzt gleich auf dem Hitz von dir, Philipp. Gucken, wenn ich die letzte Spur jetzt noch durch hab. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Machen wir die noch? Ist halt doof. Vorne hast du einen Häcksler dran, der erstmal so 50 Meter später häckselt, weil er auf der richtigen Spur ist. Das ist halt alles nicht so die... Naja. Nächstes Let's Play, kommen wir mit sechs Mann, zwei Abfahrer, zwei Maschinen jeweils in einem Bereich und dann... Oh, so. Jetzt müssen wir jetzt nichts über Forst sein. Wie ich es gesagt passiere. Nächstes Mal machen wir Forst, ja. Oder mäh, mir ist es egal. Können wir ja richtig aufteilen. Also Forst müssen wir ja mit eurem Häcksler machen, ne? Oh, 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 das wird nix. Ja, das wäre nicht schlecht. Und... äh, am besten zwei Häcksler, gell? Ich weiß nicht, wie schnell Andy das Holz da rausholt. Ja, das ist jetzt die Frage, wer halt mit dem Buffler fährt. Also Andy mit umschneiden und aufsägen sag ich 10 Minuten für das Waldstück, was du hast. Wenn der Andy einen guten Tag hat, 10 Minuten. Das merken wir uns fürs nächste Video, ja? Ja, auf jeden Fall. Das sind ungefähr 3-4 Bäume pro Minute, oder Andy? Ja, es kommt drauf an, wie die Software mitspielt. Natürlich die Grundvoraussetzung. Manchmal bin ich auch schneller wie die Software. Das wäre doch ein schöner Spruch. Das wäre doch ein schöner Spruch, oder? Andy fällt schneller als die Software. Ja, das ist wie Lucky Luke, der schießt schneller als ein Schatten. Und Shop Noe ist viel schneller wie Lucky Luke. Äh, ja. Äh, ich spiele mit dem Spanchen hinten an, ne? Ja, mach das. Aber ich muss da nicht mehr aussehen. Ja, ich mach die Reihe noch, dann lass' wir's. Lass' wir's gut sein. Bomi soll ich gleich mal bitte frei fahren? Wenn du noch drin sitzt, kannst du's gerne tun, ja. Gut, gut. Das sind auf 11 und 12, machst du'n Daumen auf die Robben oder so? 40% Andi. Ja, das sind 50. Da machen wir jetzt Cannaden. Ich schaff's schon. Beim nächsten Mal wird Cannabis angepflanzt. Da hab' ich einen 13. schon mal gemacht. Echt? Gab's das? Warte, bleib stehen, bleib stehen. Wie war denn der Tonnenpreis davon? Boah. Ja. Das ist nicht eigentlich nur, du, du wirst. Ja, du. Nö. Aber ich muss sagen, okay, dafür läuft mit den 10 Kilometer bei der Wand einmal frei. Und der Andi hat's dein Rechner aufgerüstet. Na, ich glaub' jetzt 8, aber ich brauch' mal einen anderen Prozess hier. Prozent, Andi? Komm, ich fahr mal aus, ja. Ich sag' jetzt mal mal abziehen. Ja, kann's machen. Ich bin jetzt bei 63, zieh weiter. Voll geht die Urlaub für dich. Ja, ich merk's. Und unauffällig. Mit Licht wahrscheinlich rundum leuchtet. Meine Wampel geht's aus. Und fliegen. Ich glaub' dein Schlepper lässt sich wesentlich schöner fahren wie meine. Ich merk's. Ich glaub' der Hänger ist ein wenig zu überdimensioniert. Also ich find' den voll cool. Ja, der ist aber zu überdimensioniert. Meinst du, weh, Andi, deinen? Ja, ja. Wieso das? Der schiebt über die Hinterachsen wie verrückt. Ach, das war... Wieso steht an Baum? Sag mir das mal. Ist dein Deutsch zu schwach? Also ganz einfach, Andi. Der Dinge zu groß ist, dein Deutsch zu schwach. Genau. Sind sie zu hart? Bist du zu schwach? Oder wie ging das? Wie ging das? Sind sie zu hart? Bist du zu weich? Eh, der von, von hier weißt schon. Bischemens fremd. Da macht's Freunde. Sind sie zu? Bist du zu? So ging das doch irgendwie. Andi, die nächste Tour fahr' ich mal ab. Na? Andi, die nächste Tour fahr' ich ab. Oh, ist recht. Kannst du dann mal den... Kannst du mal den Genuss kommen? Zuckerrüben. Hm. Ich fahr' lieber wegen dem Holzverderndung. Hm. Hm. Ja, müssen wir mal überlegen. Wir brauchen ein Abfahrer Minimum, wa? So wie der Holz durchgeheckt, wa? Also bei zwei Häckslern? Oder wie hast du das geplant? Ja, ein Häcksler reicht doch, oder? Meinst du, ist ja wenig. Ja, ein Häcksler reicht schon. Also wenn wir den, 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 mit dem Längseinzug nehmen, ne? Ja, ja, wir nehmen Euro. Weil der Standard, der funktioniert ja, wie du weißt, nicht so. Genau. Aber ich tendiere auf zwei Buffalo Fahrer. Ja? Ja. Kann ich noch mitmachen? Wenn du Zeit hast, dann, ich weiß ja nicht, unter der nächsten Termin. Boah. Also du willst zwei, du willst zwei haben. Zwei die Holz, ähm, ernten. Aus dem Wald zum Häckslern. Ziehen. Ne, aufladen und dann zum Häcksler fahren. Ja. Ja, oder so. Das heißt, Häcksler lassen wir da stehen. Ja, von mir aus. Genau. Und dann tut eine Häcksl. Und ja, je nachdem... Weiß nicht, ob es schneller geht, einmal anpacken oder zweimal anpacken. Das kommt drauf an, ne? Ja, das stimmt. Aber der Andi hat dann eigentlich auch wieder frei, da zu umschneiden. Braucht der eigentlich ja nicht lange. Mhm. So, 80% Andi. Ja, wenn du jetzt umgedreht hast, schließe ich mich dir an. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, der in Holland, der zieht, wenn er erntet, doch nicht so gut. Irgendwie, also... Achtung, da ist... Ah, ich weiß nicht. Das ist heute das erste Mal, wo ich auf meinem neuen Rechner LS spiele. Echt? Ja. Und läuft's. Ja, irgendwie vom Netzwerk, ja, da muss ich nochmal schauen. Vielleicht ist... Da die Karten ein wenig zu scheiße. Ach, fuck. So. Der war nämlich voll, als du gerade kamst. Achso. Andi ganz einfach mehr Lösung. Schafft das Bambus immer noch. Ja, wieso hingen die Scheiß-Bambus-Internet abschaffen, wenn wir nichts schnelleres wegkriegen? Ich hab doch schon 16.000er. Ich hab 3.000. 16.000er bei uns im Ort. Das sind in echt vielleicht 10.000, alle höchstens. Was? In oder Out? Äh... Ehm... Downscape. Ja, da bin ich sogar bei 17, du Aff. Was? Du Aff. Du Aff. Ja, aber komischerweise ist der Andi bei 17, da war das langsamste Internet von allen Dingen. Also... Von den Hängern her gesehen, von denen... Wenn das nur so langt. Ja, das... Kommt der da meistens, wenn ich... Ja, okay. Muss man überlegen, ob ich da alles da hängen hab. Bei meinen kleinen... Guter... Äh... Ja, gut, du musst sagen, du hast dieses Computer. Zwei Computer, oder? Und zwei Entertain, oder? Andi überlegt mir, bei mir läuft der Thesen. Alles auch noch mal über die Leitung. Trotzdem. Ja... Also aktuell bin ich auch bei... 60 Millsekunden. Äh... Philipp? 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 Ja? Wenn du wieder kommst, ne? Mhm. Kann man gleich mal auslernen. Ja... Moment... Ich spiele mit... Bala-Bala-Bala... Wenn ich das Scheit lesen könnte und nicht so umherspringt, 54. 570. Also nicht nur 50. MS? MS? Ja. Ja. Nein, die Konsole habe ich noch nicht aktiviert, also Friends kann ich da nicht sagen. Doch, kannst du auf der Map sehen. Oder ist das da nicht? Hä? Ne. Nein, steht leider nicht gut drauf. Steht noch nicht. Ach, jetzt wird wieder moin. Schon wieder. Andi ist gleich voll, gell? 87. Okay. Philipp ist hoffentlich bald wieder da. Ja. Ja, ich bin gerade unterwegs. Bis... Ich bin jetzt ein bisschen länger gebraucht. Irgendwie wieder schletterer. Nur nicht ganz packt, wenn er voll ist. Kein zu wild. Also ich habe jetzt 68 Prozent. Einmal können sie auf Nike. Ich habe schon ein Drittel des Feldes geernt. Also es geht auf jeden Fall was voran mit den Tektoren hier. Also meins geht schneller. Meins geht schneller? Ne, meins geht schneller. Meinst du das geht schneller? Meinst du das geht schneller? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Weil du halt einfach alles erwischt. Das Blöde ist halt, wenn du das mit dem gezogenen magst, dann ist der Blatthächsler versetzt bzw. der Ernter versetzt. Ja, ja. Und da musst du jede Spur zweimal fahren. Einmal zum Blatthächsler und einmal zum Ernten. Ja. Ist bei mir so. Dadurch hätte es schon auch anders wärst, wenn du nur mit dem Blatthächsler drüber fährst und danach mit dem Ernter. Ja. Und auf der anderen Seite so ein Deutz und Alter würde dafür auch reichen. Ja. Da brauchst du keinen New Holland für. Weil der New Holland tut sich hier auch immer schwer. Und ganz ehrlich, ob es jetzt 9 kmh sind oder 4 kmh. Oder 5. Das stimmt auch richtig. Du kannst dir ja aus dem Reizfeld oder den Kramer da holen. Was denn? Ach, der alte Kramer. Der war cool. Wir haben hier mal die Fastschwede und dann kennt er an die Weizen noch. Ja. Fast mal. Das war ganz witzig eigentlich. Und auch den Fliegen mit dem Volley. Ja. Ja. Der hatte bei uns schon schwer zu schuften hier, der kleine 20 PS. Kramer. Ja, okay. Der hat hier 3 Anzer durch die Landschaft gezogen. Und 12 Meter Grupper. Total unrealistisch, aber irgendwie witzig. Von 13 ist es halt nicht so lang. Ja, hier glaub ich brauchst du hier nicht mehr ranhängen. Und da ist die Fahrphysik bzw. gewichtsbezogen. Ich glaub das zieht er da nicht mehr. Woll er ja auch nicht, ne? Ja, schwach. Jawoll, Janis. Wir können tauschen. Okay, sehr gut. Gehen wir noch schnell um. Jo. Warte. Warte. Ja, das ist sehr schön. Ich hab jetzt 83 Prozent. Bin ich sehr toll, dass du da bist. Ich hab auch ganz schön was weggemacht in der Zwischenzeit. Mhm. Sehr schön. Boah, der John Deere tut sich hier echt in dem... gehangen ein bisschen schwer, ja. Sag, Andi. Äh, äh, warte, warte. Bierchen. Bierchen. Ja, war die Frau lang. Von der Ketten. Hau weg, ich zeig. Jo. So. Ab in den Deutz. Boah, hast hier alles dreckig gemacht. Ganzer Fußraum, alles dreckig. Schäm dich. Wobei. 13 kmh. 14, 15. Wäre dann eigentlich doch ein Feld mit Kapitän Janis? Äh, ja. Und zwar, ich meine, es wäre Feld 12 gewesen. Da, wo wir die Forst-Gerätschaften drin haben. Ah ja. Ich weiß nicht, Philipp, willst du hier weitermachen oder bist du rübergefahren? Oder du müsstest jetzt dann den Hänger mitnehmen. Ja, aber bleib mal da. Bleib mal da. Und dann machst du von der anderen Seite rein und dann... Ja, genau. Ich bin halt schon fast bei der Hälfte eigentlich. Hm, über die Hälfte haben wir fettig. Oder? Oh, ne. Das täuscht irgendwie. Ja, das geht irgendwie. Kommt auch hin. Wie fahr ich denn jetzt am besten, Leute? Ja, da gibt's viele Wege. Äh... Aber über den Berg würde ich nicht empfehlen. Ja. Die Masse greift Kraftwerk runter oder hoch. Das ist nix. Ich hab ja auch gerade mit dir. Vor allem, weil ich der Hänger überall mit entschied. Das kann doch nicht sein, dass der da jetzt auch zu schwach ist. Naja, gut. Es war eine 50 PS für so'n Hänger. Voll mit Zuckerrüben. Kann schnell hinkommen. Wie viel Kubik gehen da rein? 40, 45? 45. Naja. Ich fahr einen Berg hoch. Probier'm auch. Oh je. Oh, der schiebt sich aber... Oh, 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 oh. Der schiebt sich richtig. Gibt's die Anlauf und zu weit, 45? Ja, ich bin auf 60, 65. Der hat einfach zu wenig Gewicht. Der läuft jetzt zu leicht. Denken wir ja an der Leistung, glaub ich, mag ich das jetzt mal so. So, ich bin jetzt bei 20. 15. Ich bin da gerade mit 3 oder 4. 13. Wie fahrt ihr hier, fahrt ihr da um? Jawohl, am Dingens, da wo wir den Hexler und Waffe durchstehen haben. Ach so, weil ich da jetzt nämlich immer unten rumgefahren will. Okay. Da geht es erstmal nur bergab. Aber gut, ja, berg muss so und so. Ja, wollte ich gerade sagen. 3 kmh, 7 kmh. Alter, da lenkt ja meine Oma noch aggressiv ein. Das ist nicht wie deine Oma ein. Ja, das muss ich immer vorführen. Das ist mit der Oma ein bisschen bei mir. Ja. Ich möchte mal zum Janis da in die Ecken auffahren. Deine Oma wohnt ja auch da oben schon. Ja. Wo wohnt sie denn? Äh, an der Moose. Ach ja, gut, okay. Ja, viel Unterschied ist nicht dazwischen. Da gibt es guten Wein, habe ich gehört. Oh ja. Oh Gott, habe ich mich da schon aus dem Leben geschoben. Du hast sozusagen Reset gedrückt. Ah, nicht bloß da. Ja. Nicht heiß und auch immer so Eskapaden. Aber ist immer witzig. Möchtest eine Mütze werden? Bereit. 45.000 Liter. Am lustigsten war es für die Zuschauer, Ali. Ja, ich habe geschlossen. Ich wollte es den Leuten, die das Video gucken, erzählen, wie ihr euch zusammenlauft. Oder wie? Finde ich interessant. Andi war weltberühmt. Auf heiße Fahrten eingeladen. Kommt die Fame-Post auf Bonn von Christenwald-Div? Ja, das ist ein betrunkener Treasure-Fahrer, wenn man das war. Oh ja. Ich habe das Videokapel gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wem du da gespielt hast. Äh, das war die Firma Leicht. Ach, das kann sein. Stimmt, das könnte hinkommen. Die sagt mir ja jetzt mal Ja nix. Doch, doch, ich habe das Video gesehen schon. Die haben sich aber getrennt, also die Firma hat sich getrennt. Die Firma hat sich getrennt, in zwei kleinere Firmen. Nee, die, ach Entschuldigung, nicht getrennt, die hat sich verbunden mit einer anderen Firma. Ja, ja. Also. Ja, aber die waren, ja sie waren gut. Falls ihr das Video seht, hallo. Ähm, aber, ähm, ihr wart so schnell. Wie, zu schnell? Die war zu schnell, die zu schnell. Hallo? Zehn Minuten, da war das Feld fertig. Also, alle Bilder. Aber das kannst du hier, ach so, na gut, das lag wahrscheinlich dann an den Pressuren, ne, an der großen Breite. Ja, ich wollte gerade sagen, hier mit dem Rübenerder, also mit dem Kartoffelernden, da kannst du eh nicht schneller fahren, wie es geht. Also, ist ja die Zeit fürs Feld eigentlich vorgegeben, mehr oder weniger. Ich meine, bei 13er ging es ja noch so, da konntest du ja noch Vollspeed geben, so lange bis die, bis das hier kommt, fahren die nicht zu schnell oder wie es hieß. Ja, ja. Da konntest du auch schon richtig Speed geben, wenn es wolltest. Konntest du auch ausschalten. Ja. Ja, Gülle fahren war lustig. Mit der Firma S&S haben wir das gemacht. Mit dem Gülle-Günni. Gülle-Günni. Ah. Also habt ihr das Video geguckt? Selbstverständlich. Wir haben uns geschaut, wo wir unsere erste Aufnahme gemacht haben. Ja, das war aber echt, das war aber echt wütlich. Aber halt auch, ich weiß nicht, aber ich muss dich mal wengen hier. Weißt du schon, an der Organisation mit einem Zubringer. Ja, wir haben uns ein bisschen vertan, ja. Vor allem so eine weite Strecke, Alter. Und deshalb haben wir jetzt zwei Zubringer gehabt. Also wir benutzen jetzt zwei Zubringer, ja. Juhu, eigentlich wie vor. Ja. Zwei Zubringer. Habt ihr das Video mit dem Häcksel denn gesehen? Wo wir uns gesagt haben, oh, Hackschnitzel, das ist nicht im Angebot. Und dann war es doch im Angebot. Da kam die Meldung gerade. Nee, dann zeigt. Ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, ich erinnere mich an was. Ja, das war ein bisschen Fail. Alle sagten, nee, das ist nicht im Angebot. Und dann kommt gerade die Meldung, ist im Angebot. Das war ein bisschen witzig. Tja. Mal bis zum nächsten Mal warten. Wir haben momentan Probleme, das Zeug loszubekommen. Was? Unsere Ernte. Mais? Nee, was haben wir viel, Weizen und Gerste, glaube ich. Da haben wir über 800.000 Liter in der Hager. Und da wissen wir nicht, wohin. Weil wenn du alles auf einmal verkaufst, dann, glaube ich, kannst du das Weizen auch verschenken. Weil dann geht der Preis dermaßen im Keller. Also kannst du nicht immer alles wegfahren. Weil sonst kriegst du irgendwann nichts mehr. Ja. Und dadurch wird es dann halt auch immer mehr, weil dann ja auch immer mehr angebaut wird. Ja. Schauen wir uns halt mal wieder, bis hin wir auf die Forst dabei kommen, die vier. Ja, Hackschnitzel sieht momentan lau aus. Habt ihr wohl alle verfahren? Nee, also es sind, glaube ich, noch 125.000 Liter, wo es hier noch irgendwie rumschwirrt. Das Problem ist ganz einfach bei, sag ich mal, Mais. Warte, warte, bleib mal noch, bevor du fährst. Ja. Bin nämlich gerade, bin nämlich voll. Geht bei 20 Kubik rein in den Ernte, ne? Echt? Wahnsinn, ja. Hast sie drin? Ja. Also jetzt nicht mehr, jetzt lade ich mich da drauf. Schade, sonst hätte ich mal geguckt. Ach so, ich krieg den schon nochmal voll, keine Ahnung. Hm. Ja, da wo ich fahren bin, stehe ich ja jetzt mal hier daheim noch. Ja, macht ja nix. Ja, was gesagt, ich arbeite dann hinten durch, ne? Ja. Ist ja kein Thema. Und wenn wir ein Angebot haben für Kartoffeln und Zuckerrüben, dann hole ich euch schnell, dann können wir das ja schnell aufladen und wegfahren. Ja. Da brauchen wir ja nur zwei Mann für, oder einen. Richtig. Ja, einen muss ich mir da sein. Dein Bruder spielt wohl nicht mehr mit, oder wie? Der hat so keine Lust mehr? Nee, der hat scheinbar keine Lust mehr. Schade eigentlich. Ja, schon. Ihr habt den noch nie gesehen, ne? Also, er war schon mal da, glaub ich. Aber der ist dann wieder gegangen. Ah. Ups, war zu schluss. Wollte nicht mehr mitspielen, als du ihn gefragt hast. Nee. Der mag euch nicht. Und seitdem, nee, hat man nichts mehr gehört. Ja, ich frage ihn nochmal. Hahaha. Ah, die Karre ist echt zu lang hier, ohne Scheiß. Die drück ich jedes Mal weg. Sieht's denn bei euch aus? Oh, ihr habt noch ganz schön zu kämpfen, oder? Bei euren Rüben. Joa, das kann man so sagen. Ja, das zieht sich nur ein wenig. Philipp ist auch mal voll. Ja, ich kann mich gerade nach dem hinten abladen. Also, wenn ich den Ding ins Weg fangen kann, den... Ah, ich würd gern, pass auf, ich lass den jetzt mal hier stehen. Und dann fahr ich mal mit der großen Maschine. Damit wir das den Jungen uns mal zeigen können. Ich setz mich bei Domi einfach rein. Ja, warte. Bleib mal stehen mit dem Gerät. Ja, warte, ich mach mal ein paar Fotos machen. Wie Philipp gerade hier alles rammt. Ja, das... Also, im Prinzip hat sich da ja nicht so viel geändert von innen. Eigentlich ja auch nicht. Wie im alten LS. Ja, genau dieselbe Maschine. Dann wär ich mal an die bisschen helfen hier. Ich weiß ja nicht, wie weit... Bony, du kannst doch mal hier schnell vorbeischauen. Warum? Soll ich den mal ausleeren, oder was? Ja, mir mal helfen, weil das will mir wissen, was ich weiß. Ach so, mit dem... Ja, kein Ding mehr. Oder warte, ich bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen, ich weiß nicht, was... Ja, er geht natürlich schon ein bisschen schneller, ne? Na ja, gut, mit 9 kmh oder was, ne? Oh, diese Wendigkeit, hä? Ja, aber der geht eigentlich relativ gut, also... Für die Länge, die er hat, geht's. Auf jeden Fall, wenn wir hier wieder das Sparmuhr-Dombie-Kreffer da sitzen. Ich geb euch natürlich nachher Bilder, die könnt ihr dann auf Facebook setzen. Und wo findet man euch? Immer noch auf Facebook. Und wo? Hier war die so gewohnten Adresse Lohnunternehmen in Warmensteiner, ein Gegenundersuche. Komm, ich bin froh. Den YouTube-Channel haben wir auch, haben wir vorhin erfahren. Den haben wir schon länger, scheinbar. Ja, aber das ist eigentlich ein Speziales. Das heißt, glaube ich, auch Lohnunternehmen in Warmensteiner, oder Philipp? Genau, ja. Was sagt die Uhr denn? Ah, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Warte, dann lass ich den, dass ich den Text kleiner hier stehen. Das sagt... 9,5. 9,5. Alter. Ja, ich würde sagen, machen wir bis Viertel vor 10 und dann den Rest. Machen wir separat. Oder so. Sagst du mir im Viertel vor 10 Bescheid? Ja. Sehr gut. Ich hätte jetzt glatt gesagt, hier das Feld, das ist doch fettig. Naja, da steht noch die Hälfte. Naja, aber das geht gut. Naja, dafür sind wir nicht. Mach nix auch. Ja, mit eurem Zug gerüben, das geht aber eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja. Ja, ich werde ihn mal wegfahren müssen, oder? Ja, wäre ganz gut. Kann ich auch machen. Naja, kein Problem. Ich laufe gerade da rüber. Oder nehme ich gleich hier die Spur noch mit. Nee, die Wendigkeit, da kannst du nix gegen sagen. Ja, also für die Länge geht's ja. Auf jeden Fall. Will ich auch haben. Bei meinem Auto. Wenn dein Auto 6 Meter lang ist, oder 7? Ja, das geht aber auch schon an die 10 Meter, fast das Ding, ja, zusammen. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, das ist sogar, glaube ich, eine der größten Maschinen, die es gibt dafür. Ja, glaube ich. Mit brutalen 3 Metern. Ja gut, aber du musst halt sagen, Vollernte, ne? Ja, ja. Krautschläge und halt. Da brauchst du diesen Krautentferner nicht mehr. Ja. Da brauchst du halt einen Arbeitsgang. Jo. Oh, Jan, du hast dir echt bestehen gelassen. Das geht ja gar nicht. Wo? Wo bist du überhaupt? Ah, da. Am Ende schiebst du es wieder auf mich? Hm. Ja, es muss ja, einer muss es ja schuld sein. Machst du sowieso. Was? Schuld auf andere schieben? Ja. Immer. 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 Immer, ja. Oder auf den Fabi. Nee, Domi. Immer auf dich. Und Fabi ist glücklicherweise nicht hier heute. Aber das sind diejenigen stimmt auch. Ja, aber du kannst es nicht auf den Fabi schieben. Aber doch. Auch wenn er nicht da ist. Nee, weil er nicht da ist. Aber schneller ist er auch nicht. Zehn kann er. Ja, fahr ich aber auch, muss ich sagen. Mit dem Lambo. Der läuft schwer. Jo. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sammle hier noch deine Reste rein hier. Ja, das ist alles. Dass du mich nicht beschuldigen kannst. Hm. Pff. Wo ist denn eigentlich das Bild? Das ist eigentlich schlafende. Komm dran. Ich bin unterwegs. 83%. Ja, ich hab 27%. 25%. Mal langsam wird's eng hier, ne. Ein bisschen. Da steht auch noch was. Ich bin voll. Oh je. Genau wie ich. Gleich da. Oh ja, du kommst an die Döst. Das ist gut. Glaubt man gar nicht, dass der 20 Kubik. Ja. Da kannst du wenigstens ein bisschen durchfahren hier. Wo ich den abfahre. Ich auch. Äh, Andi, warte, mach ich bei dich. Was machst du? Ja, okay. Ach, es gibt doch eine Neuerung. Fällt mir gerade ein, Janis. Was denn? Du musst, wenn du zum Überladen musst, glaube ich, umdrücken. Ich mach dir nicht mehr automatisch. Echt? Ja, danach ist es aber leider nicht an. Du bist auf die andere Seite, Junge. Ja, fährst du zurück? Moment. Warte, Philipp, ich komm sofort. Ja. Warte. Geht? Jo. Tatsächlich. Jetzt. Ja, aber es ist leider nicht animiert, also das ist nicht ein bisschen schade. Du schuierst ja nichts vor, warte, ja? Herz. Aber das ist ja doof, wenn man das alleine machen will, wird's schwer. Weil man auf dem einen O drücken muss. Mhm. Und beim anderen irgendwie drunter rangieren muss. Wie viel schafft der hier, eigentlich noch? 40? Äh, 46. 46, oder? Schön. Wir haben schon, wir haben schon 46 übrigens, Janis. Ja, dann machen wir hier nur zu Ende, Flott. Also diese, diese hier. Ja, ich stehe hier nicht mehr viel hier, sonst war recht genug. Ich sammle dich gerade noch auf. Hast du noch Platz damit? Ich hab 41, 42 jetzt. Ja, klar. Das ist die letzte Reihe hier. Machen wir das noch und fertig. Scheiß auf den Kreisenkram. Die jetzt. Bist du schon langwirt? Ach. Denn genau die, die auch beim Häcksen die Maispflanzen platt fahren. Wenn der Häcksler irgendwo was stehen gelassen hat. Aber ausleeren müssen wir doch, ne? Das muss sein. Mh, ne, lass drin, lass drin vergammeln. Das machen wir, Mensch. Arme Kartoffeln. Sehe ich auch noch, wir sind nicht live hier. Wie kommst du hin zulegen? Komm von der anderen Seite her, ich muss da noch ein wenig rein schieben, weil da steht ein Baum. Ja, warte, ich brauche noch. Ich brauche noch zu Hause. Darf ich noch, dass du hinkommst? Ja, ich tue schön. In dem Baum. Komm schon irgendwie hin. Okay. Hoche ich doch. Oder auch nicht. Böde ist, dass der mit dem nur vorne oder hinten abtanken kann. Okay. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast vorhin, Janis. Mh, ne. Der kann nur, der kann nur am Ende des Hängers. Aber doch, haben wir ganz am Anfang gesehen, ja. Über, überladen, ja. Das ist doof. Da musst du ewig nahe hinfahren. Bin doch mal wieder hoch. Schaut das was? Na, kaum. Das ist ja furchtbar. Nee, der mag nicht mehr. Ich dachte, du musst ihn doch wieder ein bisschen einkommen. Ah, jetzt, 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 jetzt. Okay. Meine Güte. Die haben sich lieb, die beiden. Oh, das sieht auf jeden Fall cool aus. Cool, außer bei mir. Du musst ewig nahe hinfahren. Wenn du jetzt aussteigst, kannst du gar nicht mehr durchlaufen. Ich denke, es ist total fest. Guck. Ich stecke hier total fest. Das ist Wahnsinn. So. Andi ist immer noch dran. Das machen wir beim nächsten Mal zu Ende. Ich denke, das reicht für heute. Vorhin hast du den Auslänger, die gesagt, oder? Naja, ich denke. Reicht, oder? Brauchen wir ja noch mal ein Feld. Den kannst du eigentlich stehen lassen. Genau. Wir haben ja noch ein Feld dann. Geräusch. Machen wir einen Moin. Okay. Alles klar. So, gut. Jo. Vielen Dank. Wir haben wir gerne. Wir sind immerhin schon voll. Nee. Aber 100. Wir sind über der Zeit. Das kostet extra hier. Genau, Überstunden. Und... Und... Das kostet extra hier. Vielen Dank.